O.K. Ja, wenn die Sondament aufgewachsen sind. Seht ihr jetzt alles? Aber früher, wenn ich reinkam, bin ich noch bei der Tür und sie hat eben schon gesehen, hat es schon zu schreien angefangen. Ja. Jetzt geht's ja jetzt langsam. Papa! Wer macht das am Übel? Die Mama? Papa! Das geht alles anschauen. Ja, das geht nicht schon. Du darfst es nur anschauen. Nein, ich schiefe wieder ein bisschen damit. So super, das ist nur teuer. Gell? Das eine schenke da. Was, das? Das eine hat er, ja. Nur, dass sie es an Leon nicht, John nicht zeigen. Der hat schon wieder mitgebracht. Du musst es immer verstecken. Hm. Ja, der hat er nicht zu gießen. Ja, er kann auch sowas. Was? Das da rausgeben. Ja. Ja. Er kann die Tür aufmachen, das auf und zu machen. Ja. Ich weiß nicht, John. Und das da und das da rein. Wirst du schlafen schon wieder? Das da rein geben. Hm? Richtig. Ich sag dir, du willst nicht wissen, was da drin ist. Mist. Äh, gibst du. Was ist drin? Was? Da drin?